Herzlich Willkommen Euren Freunde zurück zu Among Us Du bist nicht gemütter Scare Ist auch die ranzigste Aufgabe die es gibt Moritz, streamst du? Ne, er macht YouTube Video Maaannn Als ob ich schon wieder vergessen habe mich hier zu muten Ist doch hier Trash, wo muss ich ihn hier? Was ist das denn hier? Hey, was war das? Keine Ahnung Leon Wo warst du? Ich War gerade eben rechts oben bei der Rakete und habe die Schutzschilde raufgefahren Glaub ich demnächst nie, wo warst du? Ich bin noch da Warum redest du eigentlich? Weil ich jetzt mal rede Du hast gar keine Rechte zum reden Du bist es so Der Tanker voted auf mich Leon ist es Leon, ich habe eine Frage an dich Wie wird Crewmember geschrieben? Buchstabier Wie wird was geschrieben? Crewmember Hast du keine Antwort drauf? Für mich roasted, ne? Es ist Leon Kann jetzt Leon Achso, ne, der hat nur gesehen Dropship, sorry, sorry Darf ich auch was sagen Nein, es ist Leon Ich war unten links da bei diesen Bei diesen komischen Drehdinger da, ne? Hat irgendjemand Leon gesehen? Bei diesen Steuerkreuzen da, ne? Ich weiß nicht wie die Aufgabe da geht mit diesen zwei dicken Die Leiche Immer noch so im Dropship Leon, du hast nicht durfte es los Was für ich bin es Ja, ich durfte nicht ausreden, deswegen will ich dich jetzt erstmal raus haben Digga, also, es ist absolut los Absolut Hihihi, die laugen hier, Alter Kickt euch alle Ich bin tot, ich bin jetzt nicht der Totes Ich bin jetzt der Totes Äh, Granger und Eileen, da müsst ihr aufpassen, das sind die Imposter Ja, du Was für ich? Ja, dafür, wir laufen alle direkt irgendwo hin, zusammen Ja Ohne den Imposterchen Ja, die Karte schieben, genau Ach man, ich kann die Scheiße nicht Ach man, ich kann die Scheiße nicht Das sieht jetzt schon wieder aus Endlich Junge, Junge, was machen die denn da? Ist der tot? Ne, Eileen lebt noch Eileen lebt noch So, wir machen, wir starten mal die Rakete hier Ist das überhaupt ne Rakete? Ich guck's mir gleich nochmal genauer an Ich fahre mal an die 21.45 Uhr, okay Bis 23 Uhr kann ich heute wach bleiben Wieso hab ich eigentlich hier oben ne Aufgabe? Weiß es nicht Tjumm So, wir sollten vielleicht auch mal jetzt wieder Richtung Reporten gehen Weil es könnte sein, dass jemand Och, ich wusste es Ich wusste es Oh, da ist Tobis abgehauen So, wir gehen mal ganz, ganz schnell reporten Ich bin mir ziemlich sicher Hallo Ich bin mir ziemlich sicher, dass es Tobi ist Weil Die Lichter waren aus Und der ist da einfach abgehauen Aber ich, also, wie lange ist der gut, äh, Kilkohle dauern Wie, jeder ist abgehauen Also, wenn eh schon fünf Menschen dahinten Ne, ne, es war da eben keiner Ja Ich hab nicht mehr gehört, dass das Scheißlicht aus ist Ja, guck mal, dann ist das doch noch mehr tradehaftig Wenn er nicht mehr weiß Wenn er nicht mehr weiß, dass das Licht ausgegangen ist Ja, Mut schießt ganz schön Hallo, ich bin da hingegangen, ja Und da stand niemand an diesen Elektrozeugs, ja Und, äh, Tobi läuft einfach weg Ja, ich muss meine Tasks machen Ja, aber du, du, du sagst die Tasks Äh, dass das Licht aus ist Und das ist dir nicht aufgefallen, ne? Und vorher hat man immer gesagt Man soll nicht alle dorthin diese Schalter drücken Ja, aber du hast doch gerade doch eben noch gesagt Dass dir das gar nicht aufgefallen ist Ja, sag ich ja Ja, und jetzt sagst du, man soll da ja nicht Es sollen ja nicht alle dahin rennen Ja, nein, das ist nur ein Zusatzpunkt Ja, aber einem fällt das doch wohl auf Wenn die Lichter ausgehen Ja, aber ich denk mir nichts dabei Ich denk mir was dabei, wenn's so aufblinkt So Aha Ich weiß nicht, ich sag Ich hab Tobi noch gesehen Das irritiert mich Und Tobi hat mich nicht gekillt Und der Kekodon Ich weiß nicht, wie lange der Kekodon ist Vielleicht sind's Tim und Tobi, so Ja, ich glaube, es geht nicht Ich bin Eileen Ich lass Tim Eileen ist Tim Ja, keine Ahnung, ich Ich würde jetzt jemanden voten, Leute, weil sonst haben wir verloren Ja, ja Ja, da Ja, okay Ich wusste, dass es Tim ist Ja, ich sag Ja 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 So, ich glaube es ist Tim Ich bleib dabei Gut erkannt Ich bleib dabei, dass es Tim ist Peng, 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 peng Aber ich wollte ja eigentlich mal lügen, ne Ah Nächste Runde lüge ich, okay, Leute In der nächsten Aufnahme ist mal der Lügenbaron, Baron dran Ja Ja, Tim Ja, Tim Du möchtest deinen Kekodon verlängern, Tim Oder was? Warum den Kekodon verlängern? Ja, weil du Imposter bist Also, das Ding ist ein paar, wenn es Entweder noch einen Imposter oder zwei Ein Warum? Das weißt du ja nicht Das ist ganz genau Das ist ganz genau Hä, was? Wo hutet ihr denn jetzt? Ja, ja Die Sache ist doch völlig klar Also, für mich ist das klar Also, für mich ist das klar Für mich ist das auch klar Guck mal Ich denk jetzt, Leon Lava hat jetzt wieder Ich wollt für Leon Weil Ja, Tim Ich bin aber safe Warum? Ich bin die ganze Runde mit Simon zusammen gewesen Ja Hä? Ihr könnt auch zusammen im Poster sein Ja Okay Dann sind wir zusammen im Poster Dann wäre die Runde aber schon vorbei Drei Warum? Es leben noch drei Ja, okay Hä? Erstmal Hä? Ne, und jetzt haben wir das Recht verloren Oh Gott Leon, sorry Leon, sorry Ich, ich, ich Ich hab mich glaub ich verklebt Ich hab mich wirklich verklebt Komm halt die Presse Ich wollte wirklich Tim wählen Wirklich Ja, ja, ja Jetzt tut mir leid Tim hat seinen Coole da unverlängert Ja Ja Task complete Perfekt Ist das Lexi? Ne, ne Ich hoffe nicht Warte Wie hier Äh Ah So, so geht das So geht das So geht das So schnell hoch Ich denke Leon ist jetzt eh tot Ich denke Leon ist jetzt eh tot Zack und jetzt Achso, ich kann nicht mehr Ich kann nicht mehr hier Mach 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 Ich kann nicht Ich kann nicht Ich kann nicht Ach mann Mann, mach doch den Call Mach den Call Ach mann Ihr seid doch blöd Äh Noah Wieso machen die den Call Kannst du mal in Wie heißt das In dieses Spaceman Raum kommen? Äh, kommen? Mann Können wir jetzt bitte da unten drücken? Darf jetzt mit dir herum Alter Was? 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 Okay Ich war mir hundertprozentig sicher, dass es Tim ist Ich auch Und Deswegen ist es Simon Weil Moritz, du warst oben links Ne? Ja Oben am Reaktor Lexi ist von links gekommen Und da kann es eigentlich nur noch Simon sein Aber Simon hat mit mir lange in diesem äh Meetingraum sah Simon war mit mir die ganze Hunde zusammen Ich bin nicht gestorben Aber Lexi wäre da auch rechts, oder? Ne? Ne, Lexi war links Achso Also ich weiß auf jeden Fall Wann jetzt lass mal Simon ausschicken Oh Gott Ah, aber Phoebe müsste es gewesen sein heute Möchte ich nochmal hier unterstreichen Jetzt So Ich denke es ist Simon, wir hören den ja zwar nicht reden, weil er hat solche Probleme Die Sound oder soll mal reinhören? Soll mal rein? Lass uns mal, lass uns mal skippen Bitte, ich möchte nochmal was zeigen Ich muss nochmal nochmal was zeigen Äh Oh Gott Das ist wichtig, das ist sehr wichtig Es ist Simon Das ist sehr wichtig Ja, ich hab Lexi gewählt Ich hab Lexi gewählt Oh, Lexi, danke Ehre Lächerlich Ja Der Lexi, Lexi, wer von dir hat wer Dann gibts aber Ärger Mö So Könnt ihr eigentlich mal die Task machen? Echt mal, ist echt so So Simon, kannst du mich eigentlich über den Tisch her killen? Geht das? Denk mal, dass das gehen würde Ok, wir machen mal hier ganz, ganz schnell auf Ja Leon ist wahrscheinlich gut Gut Simon lebt noch? Lebt Leon noch? Ja, Leon lebt auch noch Gut Ich geh wieder da unten hin Boah, das war so schwer Lexi Ach, Lexi, war es doch so gut Lecki Es war super schwer Es war super schwer Lecki, wie scheiße bist du? Ja Wie hast du eigentlich genau... Wie hast du denn Tim gekillt? Tja Der hat mich oben bekommen Weil ich die ganze Zeit Ey, warte mal, warte mal Ich bin, ich bin pink Ich bin pink Ich bin pink, ja Du bist ehrlich, das bist du So